Spongebob Also ich mag Dragonball Spongebob Weil es da um Kampf geht und ums Trainieren Also ich mag Second Cody an Bord, weil das ganz lustig ist Und das sind zwei Zwillinge, die ganz lustig sind Einer ist ein Streber und einer ist ein Kluge, also ein Cooler Zu Beginn des neuen Schuljahres verteilen die Landesmedienanstalt Saarland und das Bildungsministerium die Broschüre Flimmo an die Eltern der saarländischen Erstklässer Bildungsminister Klaus Kessler, LMS-Direktor Dr. Gerd Bauer und der Saarbrücker Kulturdezernent Erik Schrader stellten die Broschüre, die Tipps zur Fernseherziehung gibt, in der Freiwilligen Ganztagsgrundschule Volsterhöhe in Saarbrücken vor Wichtig ist, denke ich, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, wie die Medien richtig genutzt werden Man kann das sicherlich nicht über Verbote steuern, aber man kann doch bestimmte Hinweise geben, was vielleicht kindgerechte Sendungen sind, wie man auch kindgerecht mit Medien umgeht Und deswegen war es heute sehr wichtig, dass wir ins Gespräch gekommen sind und auch den Flimmo-Führer bei der Gelegenheit verteilt haben Anschließend diskutierten die Grundschulkinder über ihre Fernsehhelden, welche Eigenschaften sie faszinieren und was ihre TV-Helden von der Realität unterscheidet Also zum nächsten Mal hat es das bestätigt, was ich fast schon befürchtet habe, dass nämlich die Kinder sehr viel mehr fernsehen dürfen, als es ihnen vielleicht wirklich in ihrem kindlichen Alter gut tut Sie haben ja gemerkt, die Mehrzahl der Kinder hat davon geredet, dass sie, wenn sie krank sind, den ganzen Tag Fernsehen gucken, dass sie zumindest deutlich länger als eine Stunde im Schnitt am Tag Fernsehen schauen Und die Empfehlungen, die wir eigentlich dringend an die Eltern geben, ist, Kinder im Alter von 5, 6, 7 Jahren sollten maximal eine Stunde Fernsehen am Tag, wenn überhaupt jeden Tag schauen Zugleich erhielten die Eltern der Drittklässer die Broschüre »Wissen, wie es geht« – Tipps zum Einstieg von Kindern ins Internet